Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Samu Gaming und wirken jetzt mit dem Spielen heute mal wieder. Es hat sich hier einiges getan, also sehr viel. Ich habe das ganze Wochenende nur an diesem Spiel, äh ich habe nur dieses Spiel die ganze Zeit am Wochenende gespielt. Okay, äh was ist neu, das kann ich euch erstmal zeigen. Ihr seht es hier schon, ich zeige euch aber erstmal das. Bitte nicht wundern, dass hier noch orangenes, äh, orangenen Beton ist. Ähm, ich will das natürlich noch ändern, ähm, aber mir haben ein bisschen die Blöcke gefehlt. Ähm, ihr seht jetzt unter anderem hier, dass ich einen Mülleimer wieder habe. Ähm, ich habe den nämlich ein bisschen geändert. Denn die alte, die alte Redstone Schaltung, damit das halt alles funktioniert, hat nicht mehr ganz funktioniert, beziehungsweise gar nicht mehr funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt hier beispielsweise einen Fehler reinmache, dann seht ihr, geht es direkt, ne. So, mache ich hier ein bisschen rein. Und da seht ihr, geht es halt direkt rein. So, ähm, hier hat sich eigentlich gar nichts geändert. Ähm, aber hier, ich habe jetzt endlich mal meinen Zaubertisch fertig gebaut. Ähm, ja, habe auch ziemlich viel Leder in meiner Ender Chest, wie ihr hier sehen könnt, 20. Habe hier, ähm, drei Kaninchen, ähm, Spawn-Eier bekommen und Tintenfisch. Und irgendwo auch noch ein Spawner. Und habe hier auch jetzt neue Schalker-Kisten, ähm, von einem Kollegen bekommen. Genau. Habe hier ein bisschen mein Diamant-Shared, ähm, auch noch Plünderung und Shared betroffen gemacht. Ähm, hier sind noch ein paar Bücher, beispielsweise Haltbarkeit 1. Dann will ich auch Beitrag machen, auf das Schwert. Ähm, aber erstmal will ich gucken, ob ich hier auch eine andere Haltbarkeit Dings finde. Aktuell gibt es hier nur Schlageffizienz 3. Spar gerade nehme ich auf 30 Erfahrungspunkte, damit ich dann Effizienz 2, glaube ich, jetzt erst bekommen kann. Was auch sich geändert hat, ist das komplette Lagerbüttel. Ähm, hier seht ihr auch noch, dass es jetzt nicht alles schon noch aus dem weißen Beton ist. Also hier besteht ein paar Dinge noch aus, äh, aus, ähm, Großstein. Aber ihr seht schon, diese Räume hier sind allgemein kleiner geworden. Ich habe jetzt hier eine komplette Mauer. Also schaut euch einfach mal ein früheres Video dazu an. Dann seht ihr, ähm, dass das hier, also vorher größer war. Habe ich auch geändert. Und ihr seht auch schon, ich habe hier alles neu gemacht. Ähm, hier ist jetzt fast alles, äh, überall drin. Ich habe hier irgendwo auch Fleisch. Äh, Fleisch, 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 Fleisch. Da, Fleisch, genau. Kann ich das hier mal alles da reinfangen? Warten, das ist nicht. Ich will natürlich auch noch Flamme, ähm, irgendwann mal, äh, hier auf dem Diamantschwert haben. Das dauert allerdings noch, äh, den könnte ich eben abbauen. Weil ich könnte den sogar auch da stehen. Ja. Äh, es sind sehr wenige aktuell online. Ähm, liegt daran, dass ich, äh, das, äh, ziemlich früh aufnehme. Auf jeden Fall, das will ich ändern vielleicht, ähm, heute. Ähm, äh, und dann habe ich hier eigentlich nichts weiter geändert. Das andere hier ist noch alles wie beim Gleichen. Achso, stimmt. Was ich aber geändert habe, ist einmal die Wand hier, wie ihr die hier sehen könnt. Habe hier ein bisschen, äh, die Holzdinger weggemacht, weil ich das ein bisschen neu machen will. So, das Holz, äh, Farming-Dingsbums habe ich ein bisschen geändert, damit ich das allgemein ein bisschen, ähm, anders platzieren kann alles. Ähm, und wie ihr hier schon sehen könnt, einmal ein, ähm, Spawner mit einem Schwein. Und da hinten ein Spawner mit einem Boot. Ich gucke gerade aktuell nach einem, ähm, Dings-Eck, weil aktuell habe ich ja nur Kaninchen. Ähm, Kaninchen und Tintenfisch. Tintenfisch habe ich jetzt insgesamt sogar viermal. Diese Spawn-Eier habe ich nicht, also habe ich nicht gekauft, sondern die habe ich tatsächlich durch Roadcrates bekommen. Ähm, Roadcrates sind dafür da, äh, sind, ähm, Wenn du den Server, ähm, auf Webseiten votest, äh, wo, wenn du praktisch hier, ah, neun Minuten. Wenn du hier, ähm, diese Links, äh, draufdrückst und da deinen Spielernamen eingibst und dann, ähm, da Roaddrückst, kommst du halt, ähm, so Roadcrates. Kann ich euch vielleicht später mal zeigen, wenn ich das einlöse, es sei denn, ich vergesse es. Ich hoffe mal nicht. Ähm, genau. Auf jeden Fall fehlen hier noch überall diese Bruststeintreppendinger, wie ihr die hier sehen könnt. Ähm, das will ich heute erstmal machen noch und sonst erstmal nix. Ich hab den, ähm, Drogen übrigens benutzt, damit ich die ein bisschen hier XP farmen kann. Ähm, so, Buch packe ich auf jeden Fall mal wieder rein, weil ist hier alles ziemlich wichtig. Ich muss auch hier mal meine ganze Änderung schließen, ein bisschen, äh, ändern. Ähm, auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal Bruststeine holen. Achso, und mein Geld hat sich auch ein bisschen geändert, hab ein bisschen mehr Geld jetzt. Hatte davor irgendwo noch 300, 1000, glaub ich. Denn, liebe Leute, ähm, es wurde hier einiges bei mir, ähm, tatsächlich gekauft. Unter anderem goldene Äpfel wurden bei mir gekauft. Ähm, genau. Und was auch gekauft wurde, ist irgendwo... Ähm, nee, nicht hier. Genau, hier. Direktheilung, sorry, Direktheilung wurde auch komplett aufgekauft. Ähm, würde ich aber auf jeden Fall nochmal neu brauen. Ähm, Feuerresistenz, ähm, beziehungsweise Feuerschutz. Ähm, drei Minuten, ähm, sind auch hier drin. Genau. Aber meine Potions hier will ich allgemein noch ein bisschen ändern. Ähm, Blöcke. Genau, hier. Hier wurde mein ganzes Holz aufgekauft. Warum sind hier fester drin? Mein ganzes Holz ist leer. Da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr, äh, noch reinpacken. Ähm, und auch dieses Holz hier ist komplett leer. Ja, äh, sonst wurde hier nichts gekauft. Genau. Also, die haben hier ordentlich bei mir ein bisschen eingekauft. Ähm, das muss ich nochmal alles nachfüllen. Ah, und genau, Diamantenschwerter hier wurden auch ausgekauft. Ich glaube sogar auch Diamanten wurden gekauft. Wobei ich aktuell, glaube ich, gar keine Diamanten verkaufe. Hat auch mit so einem Grund, dass ich dieselbe brauche, ne? Ja. Aber vielleicht gehe ich irgendwann mal tatsächlich dafür fahren. Genau. Ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal in mein Lager, weil dort, ähm, ist, äh, mein Bruchstein drin. Ich hoffe, ich habe noch genug. Wenn nicht, wir sind ein bisschen, äh, wir sind im falschen Raum. So, Bruchstein. Gut, ich habe gar keinen Bruchstein mehr. Das ist schlecht. Ähm, dann würde ich sagen, gehe ich einfach in die Farmwelt. Hab ja eh nix. Ähm, dann gehe ich einfach hier rein. Ich habe hier noch meinen Effekt. Sprungkraft. Bitte machen schnell. Okay, hier wurde anscheinend irgendwas gebaut. Nämlich das einfach nur mit. Cobblestone. Ähm, warum? Das ist gar kein Cobblestone. Ah, ich weiß nicht, ob das trotzdem funktioniert. So. Äh, es, weiß nicht, ich weiß jetzt gerade nicht, äh, Leute, warum es hier rum laggt. Ähm, hoffe, das ist nicht all so schlimm. Ich habe übrigens auch, ähm, mal, ach stimmt, das habe ich auch noch. Federfall 2 draufgepackt. Ähm, wenn ich Federfall 1 nochmal finde, ähm, mache ich natürlich daraus Federfall 3. Man kennt ihn. Wird man sich allerdings dann nochmal ein bisschen hinsen, äh, gucken. Ähm, auf jeden Fall will ich jetzt ein bisschen meine Rüstung, äh, updaten, tatsächlich. Ähm, und was ich auch machen will, ist ein bisschen, ähm, ah, ihr könnt doch fragen. Ähm, 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 äh, warum geht das schon wieder hier nicht? Egal. Was ich auch machen will, ist, ähm, ähm, äh, die ganze Rüstung, ähm, halt, ähm, bisschen besser machen. Ich habe hier auch Dorn 3 drauf gemacht. Stimmt, haben wir auch gemacht. Ähm, also ich will hier, ähm, meine ganzen Rüstungen, äh, ziemlich, ähm, stark machen. Und dann noch Netherwhite-Bachung, äh, also daraus Netherwhite-Bachung machen. Eigentlich kann man sich ja hier im Aha-Shop immer Sachen holen, ne? Leider ist das, ähm, gerade in Wartungen, also der Server hier, also die Admins von diesem Server, tun an, ähm, da Bugs beheben, weil da viele Fehler anscheinend drin waren. Äh, und deswegen kann ich das nicht tun. Versteht ihr, was ich meine? Also kann ich aktuell keine Sachen kaufen. Ähm, oder verkaufen. Ich wollte nämlich auch, äh, die ganzen Spawn-Ecks für, für den Kaninchen und für, ähm, Kaninchen und für Dings, äh, verkaufen. Und, äh, Tintenfischeier verkaufen. Weil ich brauche die nicht. Also, ich brauche jetzt keine Tintenfischeier. Und Kaninchen eigentlich auch nicht. Was ich brauche, ist nämlich, äh, nen, ähm, nicht nen Huhn-Ei, sondern, oh, ich hab den Namen vergessen, sondern ein Kuh-Ei für Leder. Weil Leder ist ziemlich wertvoll. Also, Leder, ähm, kann man immer gebrauchen. Und deswegen bräuchte ich unbedingt Leder. So, so, ich glaube, das reicht. Gehen wir erstmal wieder zurück. So, Stein findet man halt ziemlich schnell. Warum ist es hier jetzt dunkel? Nee, ich wollte Daimern. So. Ähm. Warte, ich kann ja den Bemos den Stein nehmen. Dann komme ich nämlich hier hoch. Dim, 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 dim. So. Zack, dann gehen wir einmal hier hin. Und ich muss nochmal wieder runter. Und scheiße, jetzt bin ich, äh, mein. So. Hm. Ich hab hier nämlich auch noch Sachen drin. Ernsthaft? Ich hab ja hier noch so Steintreppen. Wo hab ich denn jetzt welche geholt? Egal. Was ich auch noch machen will, ist tatsächlich, ähm, ähm, hier, äh, raufpacken. Was wollte ich da draufpacken? Glück. Genau, Glück. Damit ich mehr Kohle und sowas bekomme. Nicht wundern, dass das Spider-Man-Kit und Flash-Kit steht. Ich hab mir, ähm, hier jetzt Flash-Kids, kann man hier auswählen. Da kann man halt diese ganzen Wiener machen. Warum haben die jetzt schon Wiener gemacht? So. Okay. Wirklich, ich tritt hier einmal kurz. Ähm, genau. Eigentlich hab ich sonst nichts Großartiges weitergebaut. Ich hab jetzt im Moment nur... Nee! Boah. Nur das gemacht. Hätte natürlich am Wochenende auch mehr machen können, aber ich wusste jetzt nicht so ganz, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich ursprünglich das hier natürlich noch fertig machen. Ähm, aber ich mach das einfach jetzt. Ähm, ich würde sagen, ich mach hier mal kurz einen kleinen Stopp, damit ihr nicht, dass ihr alles gucken müsst. Ey, Leute, ich bin gerade fertig geworden, ne? Und dann seh' ich das. Und dann seh' ich das. Das. Ich seh' einfach das hier. Ähm, egal, das sieht ja keiner, ne? Wir müssen Erfahrung sammeln. Sollen wir stehen? Egal, ich lass' es jetzt hin. Dr. Druf, jetzt keine Bock. Okay, Leute. Ich würd' sagen, das war's tatsächlich schon. Und weil ich weiß jetzt nicht, was ich noch so machen soll. Können natürlich meinen Shop... Können natürlich noch ein bisschen Holz in meinen Shop packen. Dass ich aber auch immer in die falsche Dings gehe, ne? Das könnte ich tatsächlich tun. Ne, das muss in die Tretten Dings rein. Ähm, Eichen-Tretter. Ähm, Eichenstab. Ja, pass' ich. Nehm' ich ja einfach mal das raus. Und hier auch. So. Zack. Pack das erstmal da schon wieder rein. Ich hab' eigentlich recht viel Holz, muss ich sagen. Also, Holz ist bei mir so irgendwie das, was ich am allermeisten... Warum kann ich jetzt nicht rein hier? Ähm, Holz ist wirklich das, was ich am meisten habe. Ey, lass' mich hier rein. Packen wir das hier mal rein. So. Zack. Hab' ich erstmal wieder genug. Das hier muss ich gucken, ob ich das noch hab'. Ähm, Setzlinge. Ähm, die sind nicht hier. Setzlinge, Setzlinge, Setzlinge. Ne, auch nicht beim Essen. Hier. Ähm, Setzlinge. Genau, dann. Nehme ich mal die mit. So, dann mach' ich nämlich noch eben kurz die Bäume da draußen. Äh, und dann hat sich das... Ey, lass' doch rein. So. Dann hat sich das auch schon für ein Video, ähm, gelohnt, würde ich sagen. So, mach' ich wieder vier nebeneinander, glaub' ich. Ähm, ja. So. Dahin. 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 So. Später mach' ich dann noch mehr hier hin, aber das reicht erstmal am Holz. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao. Ciao.